Hallo und Willkommen zurück bei der Suche nach Ziolyt. Das wird sich ja fast noch greifen. Wir suchen ja immer noch Ziolyt, dann sind wir langsam auf den Rückweg. Das ist unsere Base. Da hat überall Wasser. Ist schon nicht schlecht. Sind die schon gut gemacht? Mögen wir ihn ja schon lassen. Kobalt, kannst du eis heizen. DNA Manipulator, auf den bin ich ja gespannt. Können wir vielleicht doch Viecher machen? Dann werden sie raus filmen. Dann werden wir auch noch einen Haufen in diesem Video. Das haben wir sogar schon am Schürfen. Ziolyt. Also das muss doch schon gescheit sein, so gell. Wie gesagt, ich hoffe, dass das nachwachst, aber ich schätze mal schon. Weil das ist ja aus der Wurzel auskristallisiert, aber das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt. Die haben wir auch schon gehabt, gell. Also müssen wir wegfallen. Gut, dann fliegen wir mal heim. Dann fliegen wir mal heim. Dann fliegen wir mal heim. Nein. Das ist eine Ziolyt. Was braucht man denn nicht so dringend? Das brauchen wir nicht so dringend. Da gibt es Minen dafür. Da gibt es Minen dafür. jetzt schauen wir mal wo es uns da ist extra viel, schaut euch das da geht jetzt ist der felsen nicht echt, wie geil ist das denn, wie geil ist das denn, wächst da das, gezeigt drauf, das ist eine Fahne oder, ja das ist eine Fahne da wachsen überall Fahne, so, hagen sie wieder nach Hause, jetzt holen wir schnell eine flasche trinken, packen wir das raus, was wir nicht brauchen aus mir haben wir auch wieder noch gefunden, das ist gut, Schwefel Uran ist auch ganz toll, da haben wir wieder Kraftwerk bauen können, wenn es ist, halt, du bist zwar grün, aber du strahlst nicht so, was geben wir jetzt mal aus unserem Ziel mit extrahiert automatisch Gase aus dem Untergrund, erzeugt Wärme dann bauen wir mal so ein Ding, 3-1 aber gerade so, da müssen wir mal ein paar herstellen, glaube ich da haben wir noch Strom 130, was braucht das Ding? DNA-Manipulator da müssen wir jetzt ein Pulsar-Ding bauen 58, das geht noch jetzt pisst es aber, weil da bauen wir mal da her ach, da hat er auch gestellt, ja Methankartusche, aha Methan, da hat er ab ja, nie verkehrt da haben wir jetzt nichts Neues gekriegt, oder? nein, es ist alles das Gleiche so ist alles das Gleiche nein, DNA-Manipulator eine Superlegierung jetzt schauen wir schon was wir kriegen das Talbran aha jetzt haben wir alles daheim Osmium Iridium Uran zack so, jetzt ist die Frage jetzt ist die Frage manipulierte DNS um neue Gene zu erschaffen? das ist die Frage wir haben wir haben noch eine schießpulver schießpulver oder was? schießpulver schießpulver ja, schießpulver schießpulver da brauchen wir bisher noch eine super Leicierung aber nein, was ist jetzt los? adjustment oder titan oder silizium machen wir Kinesium, Eisen, Kobold bin ich nicht mehr sicher, und Alu, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was wir alles brauchen. Alles das, was wir eingepackt haben. Passt. Dann können wir jetzt so einen DNA-Manipulator bauen. Einen können wir sogar rein bauen, können wir den draußen auch bauen. Nein, draußen können wir den nicht bauen. Dann geht der natürlich ins Labor, ist ja wohl klar. Jetzt ist der Strom aus, oder? Jupp, der Strom ist aus. Das braucht doch so viel Energie. Mein Gott, da braucht er auch 117 Energie. Wir brauchen unbedingt Uran. Eins. Einer. Zwei. Zwei. Ich krieg bloß zwei hin. Ich krieg bloß zwei hin. Wie viel fällt uns denn da? Zeigst du dir so? Da hat er ein kleiner auch gelangen. Da hat er ein kleiner auch gelangen dabei. Drei Super-Likierung. Drei. 1, 2, 3. Drei. Drei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich glaube, Schult Silizium haben wir, glaube ich, nicht gebracht, oder? doch Silizium. Eins, zwei, drei, zwei Wasser, eine Orangenstab. Der leidige Strom. So Strom ist da. Ja, Strom ist da. Nehmen wir gleich das Wasser mit rein. Die In-O-Manipulator. Forschung. Keine Übereinstimmung gefunden. Forschung. Keine Übereinstimmung gefunden. Okay. Da ist aber mit einer im Salge her. Ah, genetische Sequenzen. Ah. Da kann ich Bäume züchten, oder? Sehe ich das richtig? Wie funktioniert der? Blume. Was ist denn? Und dem? Was wird denn daraus? Was ist denn das für einer? Ich kenne ja gar nicht die Blume. Aus dem und aus dem wird der da. Die ist da, die ist da. Keine Übereinstimmung gefunden. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Nein. Aber jetzt zum Beispiel nochmal so. Dinger bauen. Ah, da braucht man das Methan. Und Bakterien. Für Bakterien brauchen wir Wasser und Algen. Das können wir auf jeden Fall machen. So, jetzt machen wir das wieder retour. Jetzt machen wir das einmal retour. Jetzt schauen wir mal wie schnell das Methan extrahieren geht. Jetzt machen wir doch nur ein Brat. Ah ja, geht ja. Da braucht man auf jeden Fall ein Haferwasser. Na. Ein Haferwasser braucht man dann doch die Biokulturen auch bauen können. Auf jeden Fall. Jetzt werden wir Algen. Haben wir da nicht zufällig erinnern. Zack. Jetzt machen wir mal ein paar Seelen. Dann werden wir da. Algen. Zwei Stück. Zwei Algen. Zack. jetzt wird es braucht man schwefel wenn wir uns mit zwei schwefel sich langsam ganz schön komplizieren was man alles braucht aber was bank jemand so eine der schon bald jetzt haben wir verbaut so wie diese soli ist bei jama melora 1 2 3 4 5 6 7 baumrinden aber nein die habe ich ja nicht da was ist denn das für eine vollnusspflanze war mehr eine pflanze also die habe ich, die habe ich, die habe ich, die habe ich die habe ich nicht, die habe ich auch nicht das habe ich schon, jetzt brauchen wir 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 das war 2 also die kann ich jetzt selber zusammenbauen aha jetzt bin ich so einseite, so einseite einleitung der sequenz aha 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 verstehe, verstehe Jetzt bauen sie dir das Teil, das ist nicht schlecht, dann kriegst du da einen eigenen Schrank. Jetzt weiß ich wo das hier kommt, was tun wir das mit der Neu, weil das habe ich noch nicht. Ah, das läuft jetzt, ok, also Methan, wir brauchen Uran, wir brauchen ganz viel Uran, oder den nächsten Reaktor, was ist das da, ein Kernfusionsreaktor, 750, das haben wir auch bald. Das haben wir auch bald beieinander. Und die DNS-Strahlen brauchen wir da noch, den habe ich jetzt aber glaube ich nicht mehr. Ja, den haben wir schon noch. Was brauchen wir? DNS-Bakterien, Baumrinden. Das ist auf jeden Fall mehr ein Triebwerk. Dann brauchen wir das da und das da. Das war schon, oder? Dann brauchen wir eine Superlegierung auch noch, jetzt weiß ich es wieder nicht mehr. Ah, irgendwie ein Nudelsäger. Wie ein Nudelsieb. Für die. Ich weiß nicht, was ein Nudelsäger ist. So eine Superlegierung. Oh ja, klar. Zwei mal Alu. Zwei mal Kobold. Wo ist eh schon wieder Formen getan? Nein, mit euch verbrauch ich zeige. Das ist immer so viel Sengwilz. Jetzt muss ich da so viel bauen. Die Summit und Summit. So, aber jetzt schießen wir es ab. Oder sehen wir, warum es hell ist? Weiß es auch nicht. Jetzt bauen wir es erst einmal. Sauerstoff 1000. Biomasse 1000. So, ich kann auch noch starten. Jetzt starten wir jetzt mal den Sauerstoff. Ich weiß, dass der belegt ist. Oh, da schau her, da ist ein Baum drin. Farrig. Oh, wie hell. Wollt ihr euch noch was spezielles zeigen? Soll ich euch was zeigen? Soll ich euch noch ein Guide machen für irgendwas? Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich euch ein Guide dafür. So, hell genug. Abfeuern. Ich meine, der Erfolg geht nur, die es hochkriegt da. Schuss-Rakete. Bei den anderen fallen Asteroiden. Aber jetzt bin ich gespannt, ob da auch irgendwas runterfällt. Weg ist sie. Jetzt wird sie so grün. Da schau her. Das ist ein leiter Sackgut in der Luft. Da braucht man Dünger und so. Das Gerät schnell ausgedacht. Das ist ja super. Ja. Bacterium. Da brauchen wir Alben. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 mal 1 2 3 1 2 3 1 2 3 alles geht genau was mir geht noch so Schwefel machen wir bloß mal 3 dass wir noch so ein Ding übrig haben So, jetzt haben wir die zwei Gemarae da, ist der schon fertig. Da haben wir ein neuer Samen, schaut euch das an, schaut euch das an, cool. Aber ganz ehrlich gesagt, die sind jetzt alle da nicht so prickelnd, da war jetzt irgendwas heftigst dabei, aber das ist was Neues, das ist was Neues, was Neues, vielleicht muss man die anderen, vielleicht hätte ich die Raketen bestücken können, scheiße, ich sage, ich schieße jetzt da so eine auf, oder Wandersamen dabei, also Material. Jetzt haben wir auf jeden Fall neue Triebwerk, haben wir zweimal Magnesium und das, zweimal Silizium, zweimal Eisen, zweimal Kobold, zweimal Alor, zweimal, zweimal, so passen, oder wir irgendwas vergessen jetzt, bestimmt, Titan, Titan vergessen, die Biomasse schießt mal auch für die Mächte Anus senken, muss man da noch was dazu, oder haben wir das jetzt? Also ein Dünger brauchen wir noch, und die kann man noch mal aufschießen. Nein, wir schießen die Biomasse auf, ein Dünger, ein Dünger und ein Baum und ein Liasamen, Baum, Dünger brauchen wir noch, Dünger war, Alben, glaube ich, und Schwefel, oder? Alben, Schwefel, Oberschienen, zweimal Oberschienen, Schwefel, Alben, genau. Jetzt schießen wir die Biomasse in den Haufen, gut, daneben, gehen wir dem Planeten einmal einen richtigen Booster und Karrierzeuge, aber das kann ich nicht mehr, kann ich nicht sagen, dass du noch was eine Söhne, nein? Servus, guter Flug. Der Planet wird so kreieren. Strom haben wir noch 45, den haben wir. Als nächstes kriegen wir den Wasserfilter, dann können wir was zum Essen, verleiht der Wissenschaft das Essen vergessen. Oh nein, wir haben da kein Wasser, aber da haben wir ja draußen unsere Filteranlagen, wo jetzt die ganzen Pollen drin schwimmen, oh. Das wird ja noch oft, noch oft zu trinken, da kriegen wir einen Smoothie. Ah, dann schalten wir den als nächster frei. Bei einem Giga, das ist wahrscheinlich bei tausend, das haben wir bald. Baumsamenverteiler. Da lege ich Baumsamen hinein, genau. Da müssen wir die Baumsamen herstellen, die schießen wir dann raus. Also stellen wir die einen nach dem anderen her. Gut. Fusionsreaktor haben wir auch bald. Extraaktor haben wir auch bald. Dann haben wir alles. Dann haben wir es durchgespielt. Vielleicht. 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 Ja. Machen wir mal den nächsten Samen, wir haben jetzt hergestellt den da, genau, jetzt füllen wir mal den da, aber brauchen wir das Teil, das Teil, das Teil, das, da, das, da, das, da, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Bakterien schmeißen wir einmal rein. Dann machen wir das, da, 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 genau, genau, geht nicht leider tiefzügig, was nehmen wir das jetzt schon in die Hände, weg damit. Dann können wir mal noch ernten. Dann können wir noch ernten und wieder ausüben. Dann haben wir wieder Kleber und Dünger und Kunststoffklumpen und was man, wenn ich das herstellen aus dem Gemüsezeug. Oberschinen, das ist nicht mein Favorite, bin ich froh, dass wir für das Ding hernehmen. Oberschinen mag ich nicht, also. Pilze hingegen, gutes Pilzrisotto, lecker. Oder Jägerbraten schön mit Pilze. Oder schönes Chili mit Bohnen. Oberschinen. Nein. Muss ich jetzt nicht haben. Ich meine, es ist schön, wenn es sein muss. Aber, wenn es was anderes gibt, nehme ich auch gerne das. Dann können wir da Kunststoffklumpen herstellen dann. Aber, das werden wir wohl dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Lasst einen Like da, einen Kommentar da. Und dann schauen wir, wie die grüne Masse sich da draußen ausbreitet. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.